Hallo, ich bin der Pascal, ich komme aus Deutschland und ich gucke gerne die Spiele von UFA. Ja, ich heiße Niklas, komme aus Deutschland und ich liebe auch die Spiele von UFA. Hallo, ich bin die Teresa, ich komme aus Deutschland und ich verfolge jedes Fußballspiel, weil sie sehr gut spielen. Ja, ich bin die Janina, komme auch aus Deutschland und ich liebe eure Spiele. Ich bin die Vicky, ich komme auch aus Deutschland und ich finde euch toll. Dann UFA, Mui, Valen, Sa, Tibia. Ja, ich bin die Vicky, ich bin die Vicky, ich bin die Vicky.